so wir sind in der fremden wohnung unterwegs und suchen eigentlich nur nach der brille vielleicht finden wir das dekret Matthias kannst du bitte erstmal die scheiß wohnung fertig ich kann nichts sehen du suchst nach der Brille und liest dir erstmal durch was das alles für Sachen sind what are you doing here sorry about that I'm already leaving leave it once okay war talk ist jetzt auch illegal es ist so viel auf einmal zu beachten ja ich versuche es also weinen ist illegal ganzen ist illegal wie kann es nicht singen drogen machen ist illegal propaganda ist illegal alter es ist so viel zu merken merkt ihr das mal ja du musst dann die stellen nach gucken ich habe das schon im hinterkopf ja ja so einfach ist das eher jetzt schon wieder von den words of passion make her go away she disappointed and she disappointed me keep singing all day whoa danced and sang while I was dying of a terrible attic no sign of remorse my help make her go away please I can't do it myself I wanted to go on a cruise I even bought the tickets hast du nicht jetzt schon dass sie singt muss gleich mal deine beweise ja das mache ich jetzt auch musst du den personen ja ich weiß so wo ist apartment 2 rechts da nein wir können sie ja beobachten kann man mit ihr reden okay wir brauchen sachen und dann müssen wir so bestechen am besten oder du wartest einfach bis sie verdammt noch mal geht so soll ich ein bisschen sinkt und dann kannst du sie verhaften lassen du hast du hast da oben die ganze sinkt ist das zeitquest sie ständig annimmt die haben überhaupt gar keine zeit wie kannst du irgendwann erledigen das stimmt das stimmt ja bringen halt alle geld hin oder her es bringt ja aber nichts wenn du vorher dann sie besticht für 3000 das ist richtig das wollte ich ja mal gesagt nein ich wollte gucken ob ich was finde was illegal ist weißt du und sie dann gestechen damit hat dann eine frau will dieses rahmen das ist nicht das wichtigste was ich gerade auf dem zettel ab wer ist denn da mein Name ist karl Danke für das Gespräch. 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 Ja, ich würde auch sagen. You have kids and therefore you must know the means to sacrifice yourself for the sake of future generations. Will you offer me to sacrifice someone else? Me, for example? Necessarily, Karl. Just need to agree to be ready to help our movement. I really don't have a choice. What do you want from me? Find an apartment in your wonderful building for our faithful comrade. His name is Antoine Grubic. He will stay in the building for about a week. How much will you pay me? 3,000 bucks. This will be a big number of operations. You have no problem. Okay. Who's dead? Antoine is very important to our unit. Printing specialist. Criticizing group. He will own you if you tie them. We're planning to go on strike. Blah, 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 blah. Okay, mach ich. Was sehen? Nicht? Ach, der zieht aus. Ja, ja. Look at the place until spring draft. Alter, jetzt haben wir aber viele hier. Der muss auf jeden Fall rein. Ah, so. Das ist der Antoine. Das ist der von der Quest. Kann das sein, dass das Telefon schon wieder klingelt? Alter, Spiel. Ah. Nix, Karl. Ja, ja. Geht, blabla. Das ist der Antoine. Meine Fresse. Follow Antoine. Witch. Die Folge. Er kommt ja gerade mit dem Bus an. Antoine. Ja, so doch. Ja. Follow. Mach ich es doch einfach. Ja, mach ich auch. Ich geh schon mal vor. Er ist ein bisschen langsamer. Ja, aber Treppen gehen kann er. Kann er? Vielleicht ist er auch ein Treppenlift. Man weiß es nicht. Gut. Dann klopfe ich mal an, ne? Hallo. Alter, so viel zu tun. Meine Güte. Was für ein Spiel. Hast du dir ausgesucht? Ich weiß. Hallo. Beat. Ich bin Karl. Anton Grudwitsch. Alles nice to meet you. Mutual Friend told me you're one of the best printing specialists around. Seems you mixed up some things. I don't know we have mutual friend. Of course, secrecy and other stuff. Sorry for bothering you. I don't know what you're talking about. Okay. Ich weiß, wo du Kameras einbauen musst. Den sollte ich auf jeden Fall. Ja. Bei dem. Richtig. Erstmal holen wir hier noch wen rein. Wegen Geld. Die sieht ja lustig aus. Hm? Auch die nehme ich. Die sieht süß aus. Irgendwie. Gut. Okay. So. Was hatten wir? Achso. Tei. Wo wohnt der Arsch? Das ist eher hier, ne? Ist das scheißegal. Warte doch einfach, bis er die über den Weg läuft. Und guck einfach in Wohnungen. Bitte. Ich stehe aber gerade hier. Ja, mache ich. Aber ich stehe gerade hier. Dann kann ich das doch schnell erledigen. Dann habe ich das von der Liste, weißt du? Und das ist eine Sache, die mir, glaube ich, relativ viel Geld bringt, wenn er das Geld investiert und so, weißt du? Ach, die Geschichte. Das ist ja jetzt. Eigentlich ist das mein Hauptding gerade. I have a blue tie for you. Is it okay? That's just what I needed. Thank you, Carl. I hope 300 bucks will cover your expenses. Ich habe schon mal 95 ausgegeben. Oh Gott. Immer noch nichts Neues. Hm. Da, da, da. Okay, wahrscheinlich muss ich da auch einbrechen. Bitte. Dann erpressen, oder? Oder so, ne? Heidewitzker. Okay, dann warten wir mal hier. Sonst ist irgendwas hier unten los? Ja, ja. List of truth. Also Pepper. Äh, what do you? Blah, blah, blah. Ist mir doch egal. Also keine Zeit für drüber nachzudenken. Ist mir egal. Ja, da habe ich irgendwie gerade überhaupt keine Zeit. Müsste ich mir auch. Entschuldigung. Es war dumm. Ich gebe es zu. Okay, der ist zu Hause. Der ist im Keller. Ich gehe mal hier schnell rein. Passt du bitte auf, dass der... Ja, genau. Der kommt jetzt gerade. Warte doch, bis sie einfach... Oh, Matthias. Oh, ich bitte. Warte doch einfach, bis sie verdammt nochmal zur Arbeit... Bis zum nächsten Mal.